hallo zusammen wenn ihr das letzte video gesehen habt dann wisst ihr ich bin jetzt gerade bei maria rast da habe ich auch eine längere rast eingelegt und bin jetzt auf dem weg zum tagebau in den da gibt es einen aussichtspunkt da wollte ich mal hinfahren sind jetzt von hier aus ca 10 kilometer und da werde ich erst mal frühstücken knackige sechs grad kurz vor acht die akkus habe ich gestern vergessen anzuschließen habe ich gerade mal angeschlossen wird zeit zum fahrrad fahren zum aufwärmen herrlich die sonne kommt raus wunderbar so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020